ein Follower dazu lassen, ne? Ja, muss ich mich anwenden. Ah, raus. Raus aus meinem Stream. Wie viele Follower hast du denn? 5? Nee. 48. Levi, René. Wo steht das denn? Ich weiß nicht, ob euch das angezeigt wird. Warte, 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 steht da. Ja, ja, 48 Follower. Welcome to my channel. Have fun and enjoy the moment. Ja, ich war schon bei 52. Ja, da hast du irgendwas verkehrt gemacht. Ja, ich hab ein rausgeschmissen, also zwei rausgeschmissen sogar. 52 minus 2 sind 50, du hast nur 48. Ja, die anderen zwei, ja. Du bist ein Mathe-Genie, ein kleiner Einstein. Richtig, Einstein, du hast nicht erfasst. Wieso nenne ich den immer? Einstein. Oh Gott. Jetzt bitte bloß nicht so weit. Boah, so hab ich den immer abgespeichtert. Du hast gerade bestätigt, dass ich Einstein bin. Vielleicht sollte ich mich unbedingt nehmen. Black Einstein. Blackstone. Wenn, Blackstein ein. Blackstein ein, was stimmt mit dir nicht? Sekunden-Torette oder was? Das war ja ein Durchfall. Ja. Also was muss ich hier noch machen? Füge Schaden mit Schrotflöten dazu. Schießen. Vorratslieferung. Schießen und schießen, ja. Ja, ist echt spät für mich. Ist echt spät für mich. Für uns alle. Umso spät das wird, umso mehr Bullshit kommt raus. Und umso lustiger. Das kommt auch. Komm, wer gelacht? Nach Müde kommt doof. Äh, ja, natürlich. So. Where are we going? Ich brauche immer noch eine Seilrutsche. Ich habe gerade festgestellt. Ich muss ein Produkt abnehmen. Wollen wir dann, äh, ja, wo gibt es denn hier Seilrutschen? Scheiße. Ich habe die Heelter. Ich gehe weiter nach vorne. Ja, Reetal Row, meine ich. Ich komme nicht schnell, aber ich reib dich nach. Reetal Row. Können wir nehmen, bis nach Dirty Dogs dann hoch. Je nachdem. Ich brauche ja nur eine. Wo facht das Video? Was? Ne? Ich stand gerade hier bei mir. Du it. Wo facht das Video? Hier würde ich... Ich stand da. Achso, ich sollte auch mal wieder hier vorne halt klicken. Yes, solltest du. Ich versuche mal hier, das blaue Haus zu kriegen. Wieso hört... Wo kriege ich denn jetzt die Nutzheit mit Rockkamera? Ich höre... Jason ist weg. Ah, da ist er wieder. Jason? Ja, ja, ja. Ich höre Jason nicht. Hä, bei mir stand gerade ich wohl aus der Party entfernt. So bist du uns gar nicht aufgefallen. Bei mir im Haus ist einer. Bei mir nicht. Bei mir auch im Moment nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh, krieg ich noch Holz, Stein. Oh, doch, hier ist das hier eine. Ich sehe eine Waffe. Oh, ich bin geschießt. Hä, wo ist er? Wo sie jetzt sind? Ja, da. Ich sehe einen. Ist genockt? Oh, das ist ein Mate. Hä, wo ist er? Oh, ticke, was war das denn? Eine Banane. Ne, ein Auto. Der LKW ist da vorbei. Ab, 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 am Benzinkanister. Holy shit. Ne, ich habe gerade keinen. Ah, hier. Hinter dem Bus. Mir fehlt Holz, ich kann nicht bauen, ist das geil. Oh shit. Ich höre nur immer, oh shit, oh shit. Bleib mal da drinnen, Typ. Ich brauche mal eben Holz. Genau, danke. Jetzt brauche ich aber irgendein Mensch, ich kann nicht so schnell, ne? Solange lebt ihr nicht. Oh nein, nein, geh weg, oh nein, nein, oh shit, du kleines Aschle. Ah, ab, ab. Ah, sind die aber alle kaputt, ne? Ja. Scheiße. Ach, danke, du. Ja, ja. Das machen wir schon irgendwie. Mä, mä, mä. Halim, halim. Ja, bitte gern. Guck mal hier, ich habe was für du. Ach, du hast dein Leben ja voll. Mhm. Wie geht das denn? Durch die Zauberkiste. Aber du könntest den, du könntest den hier gebraucht. Guck mal. Ist jetzt zwar nur einer, aber... Bist du gar nicht. Bist du gar nicht, das finde ich doch ums. Spann, für dir? Ach, hier ist der Spack, war ich schon mal schon? Ja, schade. Hier war auch immer ein schon... Ah, Mann, nun. Nehmen wir noch das Sturmding hier mit. Können wir nichts verkehrt machen. Wer ist das? Ah, jetzt hat er die Munition eingesammelt, okay. Hier ist ein Benzinkanister, aber jetzt bringt er uns nichts mehr, ne? Irgendwann in 20 Jahren habe ich das fertig. Guck mal, jetzt... So. Ach, warum war das denn? Warum ist der kaputt gegangen? Da wegen dem Stromding hier. Ich kleb dir am Arsch. Nee, bitte nicht. Ich schieß dir am Arsch. Schöne Aussicht. Der Wort gebaut. Wo? Ach so, da. Oh. Oh, ein blauer Pumpgun. Dann kann ich die grüne fallen lassen. Perfekt. Ah, die nehme ich mir aber jetzt erst mal. Oh, bei Dirty Docks ist alles ungelootet, ey. Na, zumindest sah es so aus. Schick, schick. Du bist nur da runtergegangen. Also, da aber, das kannst du auch du. Nee, wenn du auf der Seilräutsche bist, dann kannst du runterspringen. Aber nur, wenn du so blau leuchtest. Ja, mit Leertaste. Einfach Leertaste drücken. Okay, wo drückt ich dich auf der Xbox die Leertaste? Achso, wo drückt ich die Xbox. Da bauen wir einen Welt schon. Oh, oh. Ja. Ich seh ihn. Er schießt auf uns. Er liegt. Ich will ja ein Schiffen machen. Die sind doch drin. Nö. Warum treffe ich denn nicht? Jetzt. Da kommt noch einer. Habe ich ja noch. Ich lauf. Oh, nicht da. Oh, Gott. Wir holen uns jetzt hier auch noch schöne Sachen. Mich verschießt. 195. Ich bin auf der Glatze markiert. Jo. Die kratzt mir noch den Hintern. Wo sind die jetzt? Keine Ahnung. Ich hab gesagt 195 Einen hab ich platt gemacht Ah, Drecksvieh Nein, Katze nennen wir das Oh, sprich die an mir hoch und zieht sich mit den Krallen noch Jo, mein Internet spuckt grad rum, nicht jetzt Ich hab den Sniper Ich hab Internet, Lex Warum lext du denn Internet? Ich steh immer Ja Wer hat denn hier Hildas aus Sniper? Nee Hab ich irgendwie ein Cocklet am Hintern, Schatzi? Hässt du das nicht? Wo kriegst du denn hier so rum? Hm, was? Du kriegst hier so in der Ecke unter dem Schirm? Ja, das sah so aus, als wären da welche Aber War nicht so Obwohl Das sind Blätter Alter Alter Ohne Witz, wenn du da nicht... Ein, ein, ein lilanes Sniper Das ist weh Das ist weh Ah, das ist halt schon da oben Ihr seid hier schon weiter vorgelaufen Ich glaub sie gehört Was war der? Ich hab den gesehen Ha! Ich hab nur ne Kiste Ganz viele Ganz viele Na so Und links bin ich voll Schüttelt der mit dem Kopf Ach das ist Stark Sollen wir da mal reingehen? Ja Seid du wer die Erste? Auto? Ja irgendwo, ich weiß auch nicht wo Bestimmt bei Stark fährt einer mit dem Auto Hm, jetzt hör ich das auch Ja, ist ein Stark-Auto Auf der Wiese Oh Scheiße Oh Scheiße Nein, 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 nein Wo ist er? Oben vom Berg auch, ne? Äh, da da Oben, Achtung, oben vom Berg Da Nein, 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 nein Oh Ach Ach Auf, äh, 126 Ist einer hinter der Rollsbank Oben vom Berg auch Nee, die schießt nicht weg Nein, nein, Scheiße Auf und zwei Seiten Oh, der, der hat dieses blöde Kackding da Och nee, das kann nicht sein Echt nicht Ohne Witz, also ich finde diese Dinger Mega OP Sind zwar cool, aber sind okay Nein Woher denn, ey? Weiß ich nicht, oben, ganz oben Bei dem Turm war auch eben einer Der ist hier, einer? Der turnt da über ihm rum Ja, rechts, rechts am Holz war man gerade Ah, du holst den Weg davon Ja Ja, der will seinen Typen hier wiederholen Schieß weiter drauf Ja, ich muss ja auch nachladen Oder du sammelst den Typen schnell die Waffen ein Da oben kommt noch einer geflogen Ja Der überlebt ihn wieder Der überlebt ihn wieder Der wird von hinten angegriffen Oh Leute Die sind kaputt Ein einziger drinnen Ein einziger drinnen Äh, sterb jetzt Ist der auch du? Ach nee, du bist was Nein, meine lila Pumpka Auf den Weg Kommt auf dich zu, gelaufen Oh, der wird beschossen Hau ab Ach, eure Karten sind weg, Scheiße Da kommt zurück zu dir Der kommt zurück zu dir Oh, schade Hat er mich doch noch gehört Da YOUd los Das hieß ja schon einen Namen nach oben mit Justinkings Komm noch eine? Ich komme dabei Einer machen wir noch Allerletzte Ich trag gleich nochmal Da war ein Lama im Baum Ey das ist, ich hasse das, wer dich als letztes bin, da bin ich wie die Mutter Du schießt bei mir so viel Adrenalin rein Hä? Hallo 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 Hörst du mich? Hallo Hörst du mich? Nein Und Jason kann ich dir das nicht hören Der hat doch jetzt gerade ein Pfff gemacht Der hat doch gerade noch gelacht Der hat doch sein Pfff gemacht Was hat doch noch seine Schuhe ausgezogen Echt? Hab ich nicht gehört Als hätte er seine Schuhe ausgezogen Keine Ahnung Keine Ahnung, du hast was hin vom Viertel gehabt So Drei Zuschauer Ja Einer bin ich Die Wo wollen wir hin Geht das überhaupt Dass man nichts hier in der Videon hören kann Wo? Auf Twitch im Stream Ja Also je nachdem, je nachdem, worüber du streamst, ist das möglich. Wenn du jetzt zum Beispiel ganz normal im Xbox-Party-Boist-Chat hast, dann kann der andere, der nicht streamt, entscheiden, ob er seine Audio mit einbeziehen möchte oder nicht. Das ist extra gefragt. Okay, da unten hin. Weil, wenn ich hier den Montana geguckt habe, da hört man den anderen auch, der redet immer alleine. Ja, du kannst das einstellen, entweder machst du über Teamspeak oder Discord gibt es ja auch noch die Möglichkeit. Ja. Na, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal im Discord gehen, vielleicht geht er dann. Das könnte man auch, da muss ich Discord mit einbeziehen. Also ein Team ist ja schon mal mit. Das ist ja eher schon mal nicht. Ja, der landet auf, auf, ich habe gerade keinen Punkt. Ja, toll. Zumindest schon mal eine Pistole, besser als gar nicht. Das war jetzt zwei Meter gleich überfahren. Ist ja egal, Hauptsache, der kriegt die nicht. Da ist noch schon eine Waffe. Ja. Ich bin platt. Hä? Ja, ich habe drei Mann bei mir im Haus. Ich wurde ausgelesen. Ja, ist nicht schlimm. Ja, komm. Das ist egal, hier ist der Bus. Ja, ich hasse das trotzdem mit die Pest. Der ist hochgesprungen. Der ist hier bei mir. Der ist bei uns. Ey, macht euch mal weg. Mit zwei Mann, ey. Was ist denn hier? Was ist das, ey? Einen habe ich. Hör ich aus. Nein, die sind hier bei mir im Haus. Ich wollte Anja's Karte holen. Geh mal, wie kommen die ganzen Sachen dran? Sammeln? Sammeln. Oben, 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 oben. Oben, über dir. Roger, du hast kein Leben mehr. Hau ab. Deswegen gehe ich gerade runter. So, wo bist du? Warte. Fein. Ey. Mach's los. Fuck you, ey. Der letzte von denen. Ja, kannst ruhig hinlaufen. Da ist keiner mehr. Ich denke mal, die werden sich jetzt gegenseitig wiederbeleben. Ja, ich wollte gerade sagen, bleib an dem Wagen stehen. Ja, aber es muss ja einer dich holen. Wie lange läuft denn Jason seine Karte noch? Wie siehst du doch oben links? Jop. Firmat. Ach, scheiße. Rechts, rechts, rechts. Da wird er schon wieder auf mich geschossen. Ey, das ist doch nicht wahr. Ach, komm. Ach, so ein Scheiß. Ne, links in der Hütte. Da drin. Was ist das denn? Der ist unter dir. Der ist unter dir. Ach, komm ey. Ich hab die voll in der Fritze getroffen. Das läuft aber nicht mit rechten Dingen zu. Da könnte man ja sagen, was er wollte. Wir haben uns sogar wiederbelebt. Wir haben mitten in der Fritze gezielte, Alter. Also ich hab drei Stücke noch. Komm, die wieder mit zweifach hängen. Ich hab die Fritze wiederbelebt. Mann, 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 Mann. Warte, du. Was hat der Mischer jetzt gesagt? Kleine Cheater-Photzen. Ja. Aber jetzt holt er seine ganzen Leute zurück. Der Post-Meins halt. Zunächst bauen wir den Bus ein, mit einer Tür. Und dann? Kommt keiner ran außer wir. Und dann? Ach ja. Das ist doch ekelig. Naja, weil verliert man normal so wie die anderen. Ja, wir verlieren aber keiner. Ich hab da auch kein Problem mit zu verlieren, aber nicht gegen so. Ja, sowas ist dann schon wieder ein bisschen strange. Strange, ja. Wo ist denn hier die komische blonde Hackfresse? BAM. Schon wieder kuffert das Video. So, wie wäre es jetzt zum Abschluss, ein epischen zu machen? Ja, ne? Ich hab extra diesen Doom-Tünnes angezogen. Kann ich die Busse nicht mal ein bisschen nach... Er macht ihn ja blau. Wo gehen wir denn jetzt hin? Weiß ich nicht mehr, egal. Können ruhig blau runtergehen, oder? Ne, ja, blau-gelb. Martin, ist blau oder gelb? Gelb-lau. Das ist ein Unterschied von 150 Meter. Ich ne rot. Ich mach mal auch meinen da rein. Ist doch schön. Machst du einen schönen Regenbogen? Oh. Regenbogenfarben. Ich nimm meine Farbe wieder weg. Wieso ist denn jetzt schon wieder deine Verbindung weg? Was? Ah, ne, du bist nicht da. Alter, hier kommen so viele runter. Au, 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 ja. Geben wir nach hinten oder hier vorne hin? Hinten, besser. Okay. Das war irgendwie zusammen. Das Messer hier. Ah. Ja, ne, ist klar. Komm, ey, fick dich. Kann nicht sein, der liest mich aus. Der... Ach, komm. Kannst du euch mich auflegen? Ich nimm mir meine Waffen weg. Gib es nicht. Gib es echt nicht. Ich hab mir die Waffe geschnappt, den Dreck drauf. Der lebt. Und hab abgeschossen. Wir haben einen Dreck kaputt, die Dreck-Sau, ey. Wo ist er hin? Ab, ab, ab. Plack, ey. Was ist nicht da vorne, oder was? Ach, das ist doch scheiß Angeln. Ich nimm dir die mit. Oh, Patricks Karte haben wir, ne? Hab ich. Krieg ich wieder neben dem Korbber rein, ey. Höh. Wusste. Warum muss ich eigentlich immer als erster sterben? Weiß ich nicht. Nein. Schießt dir. Mach kaputt. Das Kroppzeug da. Ach, guck mal, Patrick. Ja, den muss ich mal machen. Jetzt ist er da. Boah, ist nicht wahr. Hier. Ach komm, fick dich. Macht der auch da hinten, wenn wir hier vorne geschossen werden? Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch gerade echt nicht. Zumal, das lohnt sich auch schon wieder gar nicht, uns da wiederzubeleben, weil die Zone jetzt gleich kommt. Ich weiß gar nicht, kann ich gucken, der Weg ist zu weit. Also, schafft man. Haben da Autos hier stehen? Ja, da kann er lieber in der nächsten City. Aber bist du ein kleiner Hacker, du, ums Eck schielen? Da im Haus, rechts. Steps. Steps. Eine Karte fehlt noch, ne? Ne. Auf der Lichtung. Achso, ne, ist der Neustadtbus. Sorry. Über dir, über dir, über dir, über dir. Depp ist da, ey. Oh. Nice. Ja, verbannt, Junge, verbannt. Die kommt hoch. Oh, da ist zauber. Noch einer. Jawohl. Oh, direkt den Koffer rein. Da unten. Der sitzt doch da unten. Der sitzt doch da direkt. Unter der Treppe, unter der Treppe. Oh nee. Da. Komm, dort kommt hoch. Auf der Erde. Schade. Der ist boschliebe, vor Herd. Schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Hättest dich mal lieber geheilt. Ja, na ja, na ja, ja, ja. Hör mal, wieso spielt der eigentlich hier mit XP-Boost? Oder war das jetzt nicht? Das wäre... Du? Ich? Ich hab auch... Na, wir hatten ja heute Mittag. Also gerade, wo wir mit Mutter gespielt haben, war ich... Was ist jetzt? Suzu? Da muss man mal für morgen gucken, wie das da mit den Stimmen geht. Da muss ich mich da ja anmelden, wenn ein Follow haben willst. Wer muss für sich wo anmelden? Ich muss mich dann bei Twitch anmelden, sonst kann ich nicht auch folgen. Achso, ja, dann... Doch noch ne Runde, oder wat? Das haben alle auf einmal bereitgeguckt, also... Außerdem war das bis jetzt alles Kack-Runde. Komm, die eine schaffen wir noch und dann machen wir Feierabend. Ich holen. Ich holen. Ich holen. Ich würde sagen, wir gehen nach Steamy Stacks. So, wie war das jetzt mit dem E-Pischen? Wo willst du hin? Ja, die letzte Runde also, der Steamy Stacks. Da sind wir weg, wir haben genug Zeug zu finden. Und können am Anfang mit dem Dings da fliegen. Richtig. Ist das geil, wenn man hier viermal so einen Ballon sieht? Hä? Ja, ich hab auch zwei Bildschirme. Achso. Und ich hab auch zwei. Dein Twitch, mein Fortnite und bei Anja Fortnite und ihr Stream. Ich hab auch zwei. Wo springst du, Rania? YouTube. Okay. Und TikTok. Und TikTok mach sich. Die epischen Siege kommen aber nur bei TikTok rein. Hm. So kann man das auch machen. Ist aber dann blöd, wenn alle fünf Monate ein Video kommt, ne? Ach komm. Ich hab auch meine Trump-Gun-Clean schon reingemacht. Ach komm, flieg jetzt bloß über die Kante drüber hinweg. Also ich bin über die Kante hinweg. Ja, ich auch. Ganz knapp. Aber ich schaffelte nicht auf die Plattform. Patrick, geh hier rechts an die Seile. Oh, nee. Bin ich am Baum gekommen, ey. Pff. Ja, wenn ich schon irgendwann morgen auch da bin, ne? Halte mir mal ne Waffe fest. Boah, direkt ne blaue Pampan. Geil. Ja. Mein Gott. Das war wieder so klar, so klar wie Kloßbrühe, dass wir wieder in der Zone landen. Außerhalb. Außerhalb der Zone, so. Ich geh einfach mal hier im Kack verreißen, weil sie wird nur noch weiter. Ich glaube, dass hier keiner meckert. Toll, ne grüne Pistole. Nein, was ist das denn da? Oh, die habe ich schon schon. Wo? Was ist das denn, Anja? Was ist das denn hier? Ich finde die lila ne Blubber. Hä? Achso, damit kannst du fliegen. Oder? Wovon schläfst du jetzt gerade? Ja, ich bin hier irgendwie in dem Ding drinne. Ja, damit können wir gleich in die Zone reinfliegen. Oh, das kommt die scheiß Bauch rein. Ah, ne, ich habe gar nichts zum Bauch. Das ist doch scheiße. Ne, ne, das ist Fortnite. Na, das auch. Wie komme ich jetzt zu euch? Es hat hier ne Lauferei. Hä? Wir sind doch bei dir? Komm, jetzt gib mir mal was ordentliches hier. Oh. Ich habe so ne... Ultrakiste gefunden. Da oben ist ein Medi-Kit. Jetzt lauft ihr da oben. Jetzt bin ich runtergekommen. Jetzt lauft ihr oben. Das hat sich so angefangen. Das hat sich sehr falsch angezündet. Also, ich lobe jetzt, ne? Ich lobe jetzt hier. Ich würde nicht laufen. Nimm doch das lila Ding da zum Fliegen. Hier diese Kernreaktor. Warte, Petzel, ich glaube, man steht. Hau ab. Warte, Petzel, ich bin der Leckle. Ich bin der Leckle, ich bin der Kaffee. Ja, so geht das auch. Ach stimmt. Ja, hier kann man ja reinjumpen, ne? Ah, ja. Das ist das. Da kommen wir die ganze Zeit gesprungen. Ah, ist ja kein Problem. Und wohin? Hier unten ist ein Stern, den können wir auch direkt... Ich will nur noch nicht reinspringen, wenn ihr noch nicht... Ich komme aber nicht über die Kante. Ja, ich gehe kaputt jetzt. Wie? Der Sturm hat mich nicht hochgetrieben. Äh, du musst Fallschirm öffnen. Ne, der hat mich nicht hochgetrieben. Dann bin ich... Der ist gegen eine Zeitlupe nach oben. Und dann bin ich am Rand gekommen, wollte gerade eigentlich die Leertaste drücken. Hat jemand Medikit? Ja, ich habe zwei. Ja, aber erst mal da rein jetzt. Und ja, weil da kommt nämlich auch schon die Zone, wenn ich das überhaupt nicht schaffe. So, jetzt rein hier. Einfach rein. So, genau. Einfach rein. Direkt das Ding hoch. Direkt ziehen. Direkt Gleiter. Äh, irgendwo dahin. Ach du Scheiße, haben wir das weit. Äh, hier unten, Patrick. Wohin? Was? Ah, Anja. Warum hier? Geht hin? Wo bist du? Ja, ja, die ist überrascht. Ah, die ist rein. Und rein. Oder ich fliege da ab. Einfach irgendwo dahin. Da sind wir auch in der Zone. Da wird gebaut. Wo? Ach da. Schieß doch auf uns. Junge, was geht denn bei dir? Ich fliege trotzdem weiter. Dann intensiviert mich jetzt nicht. Ich muss mich heilen. Hier ist lila XP. Ja. Da ist auch einer. Ich verstecke mich jetzt hier erstmal. Bist du, Arthur. Da muss ich mich erstmal heilen. Koffer. Nee, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Einen hab ich. Oh, toll. Drei, ich nehme den jetzt mit. Ja, ist klar. Einer ist platt. Wo sind die? Kannst du mal kurz markieren? Da oben ist nur einer. Zwei Testplatte. Ich bin zu nötig zum Treppen, ey. Raff ich nicht, raff ich echt nicht. Ich seh nicht. Ach da. Einen hab ich. War das alles? Äh, ja, müsste. Was kann das? Wollt ihr medikit, medikit wieder haben? Nimm ruhig erstmal. Hubschrauber. Ja. Zone. Ich renne auch mal ein bisschen weiter in die Mitte. Oh, das ist mir zu blöd, die immer. Das sagen wir mal da zu dem, ach, da. Ob das sowieso, Dooms Domain. Ich hör doch hier was. Ja, hinterm Baum. Ja, hinterm Baum. 251. Was für ein Baum. Der ist da ge- Er konnte noch nicht gehen. Oh shit. Lüfter. Jetzt fliegt er weg. Die Bomber. Kommt hier zurück? Kommt hier nicht hin? Keine Ahnung. Ich hab überhaupt keine Waffe für weit. Ich geh mal hier unten gucken. Hier ist nämlich die Kiste. Hast du kein Stammgewehr? Nein, ich hab gar nichts. Soll ich die erste gehen? Stammgewehr, Pistole und Schroflinte. Ich hab drei so Zauberdinger. Was sind denn Zauberdinger? Diese Türme. Achso. Ja. Quasi wie der. Diese Taschenfessung oder wie die heißen. Ja, genau. Braucht jemand noch ein großes Schild? Ja, ich bin voll. Ähm, da war noch gar keiner drin. Ja, bringt nichts zu. Kommt jetzt. Tag, schau, hier war noch keiner drin. Ja, da liegt da irgendwas lilanes, sehe ich gerade. Sieht aus wie ein Revolver. Ja, den hab ich selber. Da wird schon wieder irgendwo geschossen. Ja, das wäre ich. Ich glaube, trotzdem erstmal weiter. Oh, auf mich wird gesniped. Ja, komm, Zone erstmal hier. Ja, jetzt sind wir ja schon nah dran, weiß ich noch in dem Haus. Der Tresor ist auf. Ankerhandschuhe liegen hier drinnen. Magiebombe vom Doom, liegt hier drinnen. Ja, jetzt haben wir natürlich keinen Handlanger mehr für das Tresor hier oben. Gegner. Gegner. Da, wo ich's blockiert habe. Oh, das sind die anderen. Alter. Ein Schuss, falsch weg. Wie kommen wir denn jetzt am Chasen dran? Der Luftfahrer, brauchst du runter. Wieso gar nicht? Da. In der Mitte. Genau. Oh, 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 oh. Was wird der? Wir schießen da auf. Oh, oh. Nee, ist klar. Komm, legen, ey. Hey, wo bist du? Unten. Oh, shit, shit, shit. Ich staus, ey. Oh, shit. Wow, wow, wow. Wir haben so übertriebene Waffen. Die haben mich mit einem Schuss 200% Leben gezogen. Nee, die musst du schon mehr als normales schießen. Gut, scheiße. Nein, 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 nein. Wie kann der denn so oft schießen? Das geht doch gar nicht. Das ist die Dingkacke. Oder, oder, ähm, wie wär's? Der Tünnis nochmal? Ja, der hat nicht so recht. Ja, aber der kann nicht so oft schießen. Doch, aus dem Ding kannst du. Ja, das sind diese, ähm, Handschuhe. Ja, aber auch die Handschuhe verlieren nach ein paar Sekunden. Die musst du auch für ein paar Sekunden. Nein, das ist der Türen oben auf dem Turm, wo ich mir die Kräfte genommen habe. Ich schaue auch die ganze Zeit durch. Ich hatte die auch schon. Aber ich habe damit keinen kaputt bekommen, obwohl ich die ganze Zeit damit geschossen habe. Ach, das ist doch gar nicht. Ich hasse diese Handschuhe. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ob die dafür extra einen Cheat haben oder sonst irgendetwas. Nein, ich hatte die auch schon, diese Handschuhe um dich zu schießen. Ja, nein. Ich bin in die Lobby gegangen. Oh, guck mal, der kann sogar damit fliegen. Das konnte ich nicht. Doch, das sind die von Iron Man. Ja, die hatte schon.